Ich wünsche dir und den deinen frohen Ostern und wie auch immer du den Tag heute verbringst. Ich hoffe, draußen an der Natur, ich hoffe es ist halbwegs stabil wie hier in Lenz. Und ich möchte einfach nur sagen, alles blüht, alles geht auf und das ist doch schon mal beruhigend in diesen verrückten Zeiten, dass die Natur ihren Rhythmus hat, dass die Natur immer noch funktioniert. Und ich wünsche dir wirklich an diesem Ostersonntag, dass du den Blick auf die Dinge richten kannst, die funktionieren. Und nicht die, wo etwas in Unordnung ist, wo etwas herumarbeitet, wo etwas dunkel erscheint, hoffnungslos erscheint, sondern dass du den Blick darauf richtest, was alles funktioniert und das ist der Großteil. Frohe Ostern und danke fürs Dabeisein. Bis bald. Aus dem wunderschönen Lenz, dein Oliver Ereni. Tschüss. Aus dem wunderschönen Lenz, dein Oliver Ereni. Tschüss.